Ein junges Mädchen in einer kleinen Stadt ist absolut verliebt in den Heldendarsteller des kleinen Stadttheaters. Und sie bittet ihren Vater mit aufgehobenen Händen und mit ganzer Inbrunst, er möge ihr doch erlauben, diesen Menschen zu heiraten. Ne, der Vater kommt überhaupt nicht in Frage, Schauspieler in der Familie, das fehlt noch. Das Mädchen bittet und bettet und überzeugt ihn doch wenigstens sich mal eine Vorstellung anzusehen. Der Vater lässt sich breitschlagen, geht ins Theater, kommt zurück und sagt zur Tochter, kannst du ihn heiraten, das ist kein Schauspieler.